3 Stimmte vollkommen vergessen ein ganz ganz kurzer Zusatzpart ja gehört auch zu den 100% weil wir nur 2 Sterne haben 2 Hintergründe das wir jedes Tag heute ausgegeben haben hier die 3, 4 Hintergründe so hier so alle ausgeben und hier der Hintergrund der 4 da hinten den kann man richtig die kann man glaube ich noch freistellen und ja sieht da nicht einfach schön aus sieht da nicht einfach schön aus oh jetzt zählt sogar da alle ausgegeben jetzt haben wir 100% sieht da nicht einfach wunderschön aus dieser alte Super Mario Bros Hintergrund ach nice so da ist es alle 100% ausgegeben 100% ja nice stimmt jetzt habe ich vergessen den Einbahnstraßenmodus Code und so shit fail naja es ist jetzt ein ganz kurzer Part gewesen sogar naja guck mal dafür dass wir jetzt so kann ich mal kurz die zeigen hier können wir diese Dinge hier sind jetzt alle blau das heißt wir können die jetzt nämlich endlos nutzen ja wenn das nicht da ist ist ja die hier am Anfang nicht aber sonst können wir jetzt alles hier endlos nutzen ja ich sage eigentlich wollte ich jetzt den Einbahnstraßenmodus es ist ein minimaler Zusatzpart jetzt halt weil ich sag halt auch an sich so ist nochmal safe kurz so hier kommen wir uns an so jetzt haben wir drei Sterne jetzt haben wir es geschafft jetzt hundertprozent fertig endlich hat zwar war zwar einige fest dabei und so das hat sich gelohnt hat es geschafft gesagt ich hoffe ich habe trotzdem gefallen und dann wie gesagt dieser kleine Schlützer Part halt so dass wir es endlich geschafft haben zu vergewissern wie gesagt halt ja jetzt war es aber endgültig mit newsforce.js ich hoffe ich freue mich auf mein nächstes Projekt was auch immer sein wird ich glaube aber newsforce.we wird es sein weil ich mich schon ein bisschen so wie gesagt mit dem Spiel hier darauf eingestellt habe und ja auf jeden Fall bis zum nächsten Projekt Ciao 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 Ciao